Was in dieser Folge getrunken wird? GARNIT! Ich hab gar nichts von mir! Ich hab gar nichts von mir! Löscht euch doch einfach! Dings kaputt! GARNIT! Ich hab gar nichts von mir! Ich hab gar nichts von mir! GARNIT! Was geht auf? Ganz ehrlich, willkommen zu einem neuen Video! Hier! Ganz ehrlich, bevor das Video beginnt, wenn ihr genauso beschüssene Videos haben wollt, wie ich, dann checkt mein Twitter aus! Denn ich bin ab jetzt Professional Cutter! So, kommen wir zum Video! Die Challenge für das heutige Video ist, dass Meister Gamer Zumi und ich alle drei mit Controller Minecraft spielen und versuchen das Beste rauszuholen! Also, viel Spaß mit dem Video! Ab geht's! Ey, das ist wirklich das Schlimmste! Ich glaub wirklich, dass wir zum Beispiel, wenn wir gerade bauen und dann greift uns jemand an, wieder aufs Schwert switchen müssen! Weil wir so ewig rüber brauchen! Ja, Jungs, wir gehen einfach komplett auf die safen Kämpfe! Ich sag's euch, wie es ist! Weil wir looten, darf ich mit Maus, oder? Darf ich mit Maus looten, oder? Geht los? Ich will looten, ne? Wir looten einfach, Junge! So looten, bitte! Ich kann's auswählen! Alter! Oh, 10 FPS! Probier du mal zu bauen für's Video! Gib mir mal Blöcke! Gib mir mal Blöcke! Gib mir mal Blöcke! Ja, genau so wie normal einfach! Remis, Achtung! 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 Die kommen hier hinten! Die sind hier hinten! Jungs, ihr hättet das Safe abbekommen! Nein, wir müssen uns bedeckt halten! Ich bin komplett in der Bedeckung! Die Jungs, warte mal! Ich gehe voll in den Kampf! Entspann dich, mein Remis! Zumi, verpiss dich! Nein, ich wollte die Enderbälle! Ich hab falsch gedrückt! Ich hab falsch gedrückt! Ich hab falsch gedrückt! Du, Digga, wo's Zumi? Ich zieh durch! Ey, Jungs! Ey, Jungs! Lass mal, lass mal in Fanskabos gehen und TNT-Boost ausprobieren! Ja, okay! Ich hab's schon vorher gesagt! Ja, will das, lass mal! Ganz ehrlich, ich gehe voll Yoro in die Mitte! Was ist denn mit dir, Zumi? Ich hab zwei geworfen, Digga! Du brauchst zwei Jahre zum Looten! Was wirfst du zwei in die Mitte? Ich brauch eben zusammen TNT-Boost auf, Digga, zwei in die Mitte! Ey, 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 ey! Er zündet schon, Digga! Er zündet schon, der Seher! Hä? Es ist Schütze, du musst weglaufen! Ach, man kann das dann fliegen! Rami ist ein bisschen aufbauen! Warte, ich muss kurz, Digga, ein Block zu setzen! Was ist denn das? Oh, oh, oh! Nicht ohne... Krass, das ist actually gar nicht so scheiße! Junge! Ja, es ist... Also, Digga! Was machen die denn hier? Nee, niemand, komm! Doch, gleich jemand! Ich, äh... Warte, warte, warte! Lass, lass, lass Frieden, Frieden! Lass Boost machen! Junge, er macht, er, scheiß doch Frieden! Lass den töten! Lass den Bummen! Nein, das ist ein... Nein! Das ist Mail! Nein! Ich drück ihn, ich drück ihn! Mail ist einfach Kopf hoch! Zubi, nein! Ich, ich... Nein, ich wollte Enderperle werfen, aber ich... Ich brauche so lange, um rüber zu hotkeen, Digga! Das ist so schlimm! Inzwischen... Ja, Jungs! Ja, Jungs! Mach hier ganz gut so! Und jetzt! Ganz ehrlich, Jungs! Baller die Scheiße drauf! Zubi macht den ersten Punkt! Heihei! Ich schreibe, dass irgendwelche YouTube-Nachrichtigungen Sascha reagiert! Sascha Huber! Juli! Junge, welches Video bitte? Welches Video? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal! Ach, das ist Rames! Ich dachte, das sei Sascha Huber! Hahaha! Sascha Huber! Junge, liebe Zuschauer! Ich finde das nicht so witzig! Jungs, ich mache... Ich mache einen MLG-Kit wieder! Stimmt! Eigentlich! Wir brauchen ewig zum rüberbauen! Boos geht nicht! Boos geht nicht! Wie Boos geht nicht? Wir haben kein Wettlein, Digga! Und das ist doch kein Sunskyros! Ah ja! Ah! Stimmt! Nur ein Challenge für diese Runde ab jetzt! Zu mir ist eine Frau! Ich gebe ihr... Ins... Au Au! Das... Bin ich schlau! Mau! Du bist gefickt! Und zwar... Von mir! Runter! 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 Ah! Da vorne ist... Lass drauf! Lass drauf! Lass drauf! Lass drauf! Lass drauf! Junge, Junge! Oh! Nein! 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 Ich würde mich an seiner Stelle einfach nur schämen, Digga! Wenn er wüsste, dass er vom Kanton-Ola passt! Oh! Oh! Jungs, ich bin dabei! Mann, was macht er denn, Digga? Warte! Ich hab ihn! Junge, wir holen die Runde einfach! Zwei Kills, wir holen die Runde! Jungs, wir holen die Runde! Oh, der ist da schon! Jungs, hilfee! Wo... Ich muss mich einfach wegbellen! Junge, ich muss mich hier hochbauen Was ist denn das, Mann? Junge, wir müssen weg Oh, Junge, wirklich Ihr lauft einfach weg, ohne Bescheid zu sagen Wir löscht euch auf ne sichere Position Löscht euch doch einfach, wirklich Ganz ehrlich, mir ist scheißegal Ob ich hier mit dem Controller spiele, ich loote hier mit der Maus Was für? Ich loot die ganze mit dem Controller Echt? Junge, die ganze Zoom hier am bauen Einfach Oh, Junge Oh, Junge Ich spring hier, ich dachte, Zumi ist weiter Oder so Digga, also was wisst ihr denn das, was ihr macht hier? Ah Hör auf, hör auf, hör auf, mach weg, mach weg Mach weg, mach weg Weißt du, jetzt mach ich das, Digga, es geht ja recht lustig Hä, es geht einfach nicht Ein paar Sekunden später Oh, schau, die haben sich nicht einfach an, ja Nein Achtung, die kommen da Ehrlich? Ich brauch ein Schwer, Bro Nimm die Axt einfach und dann Ich hab nicht meine Axt Halt die mal ein bisschen auf, ehrlich, Digga Chill mal Er ist tot Brevis du bist frascht, du komm zu zweit Dreh dich um Ich bin wieder weg, du Ich bin wieder da Ich weiß nicht, Brevis du bist ja normal aus Digga Oh, never mind Digga, er hatte ich einfach OP-Web Digga, wär's eher Digga Entschuldigung, ich färze Jüngle, oh ne, schon wieder dem Map Ach Agnes, aber anderes Ende Jetzt hau mir ist es damit hier Deszuschuss 2 hab ich es Ich werfe es in den Raum Was ist denn mit dir? Was macht der da? Das geht nicht richtig, ich denke Lass Reim es einfach bauen, Digga Sind da welche eigentlich? Nein, ja, ja, unten im Keller Ich dachte, hier sind welche Doch, hier ist doch wer Wo denn? Du laverst du eine Scheiße wieder Geschichten aus dem Paulaner Garten Ach Jungs, hier Hier sind die runter oder so Da ist ein Weg Oh Junge, ja Digga Ich seh schon kommen, ja, ich hab's Nein, nein Ich müsste lügen, einen Hermann kenn ich schon seit 25 Jahren Wir sind jetzt lügen auf 25 Jahren sicher Wir sind jetzt lügen, aber einen Hermann Den kenn ich schon sicher seit 25 Jahren So geil Nix kaputt, komm rein, es ist kaputt Jeden Tag mach ich Lieberdung Und es ist schon wieder kaputt Normalerweise, ich trink keine Bier Aber heute, scheißegal Digga, ich hab gar nix, ne? Gar nix gemacht Gar nix, gar nix Aber man kann nicht mehr nochmal gar nix sagen, ohne dass Dann kommt irgendein aus der Garnix Okay, chill Ich hab nur eine, meine, eine Bier getrunken Eine Bier Irgendwann dreht sich immer so dramatisch um, Digga Guck mal, guck mal Das ist einfach für die Filme perfekt, Digga Junge, ich bin der alte Mann Ich war's Du musst so viel raus schneiden in dieser Aufnahme Ich hab nen großen Penis Schneid das bitte raus Weil das ist mir ein bisschen unangenehm über sowas zu reden Kann ich mir schon vorstellen, dass es unangenehm für dich ist Über deine Penisgröse zu bringen Schon im dreistelligen Bereich Was? Dreistelliger Minusbereich Aber wo war's denn her? Ja, aber zumindest ist ein einstelliger Bereich Du warst da Zumindest einfach nix machen Ja, aber das ist unter einer Ein Kilometer Junge, was machst du? Na? Nein Ich wollte die Hartspote droppen auf C2 Das war unser Triumphmeister, Digga 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 Junge, was machst du denn da unten, wie das? Nein, Digga, ich klemm dich ab Hast du mich echt abgeklemmt, Digga? Du bist so ein... Maravus, Maravus Maravus Digga, du bist so ein Patient Du bist... Wie soll ich mich dann retten, Digga? Ich hab die TPS von Minus Achso, hoppala Das war ein zweitfehler Achso, hoppala Schneid einfach jetzt noch nen Win hintendran Wo wir einfach mit Maus und Tastatur gewonnen haben Oder wir machen jetzt Noch zum Abschluss Um das Feeling nochmal zu spüren Einfach nochmal mit Maus und Tastatur Noch ne Runde Kursen Ganz ehrlich Ah, Jogi, jetzt ehrlich Im Meistergamer sind wir dabei Ja, hier, Mann Das ist ehrlich wie jetzt gerade Das ist richtig komisch, Digga Heilige Scheiße Das ist richtig weird gerade Ja, Digga Da baut einen ab Am... 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 Am Junge! Ja! Ja! Junge, Junge, Junge! Junge, let's go, alter, holy shit! I should've walked away, I died in your arms tonight! Ich bauch, bomb mich ein, 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 bomb mich ein! Ich regle das! Bomb mich ein! Blimmst du, bomb mich ein, ihr könnt mich abschießen, bomb mich ein, blimmst! Ja, schade, ich bin tot! Ich lenke die ja gerade aber gut ab, muss man sagen! Ja? Oh, nein, ich war so gut davon! Der ist so dicker Wichsel! Entschuldigung! Schnapp du da raus! Der ist richtig low davon, der ist so richtig low davon! Ja, einfach einhalten! Ich bauch, ich bauch, ich bauch! Sorry, ich unterbreche dich, wir gehen überhinter, überhinter! Ich bin echt weit, ich bin echt weit! Nein, 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 nein! Stabil! Ich bauch, okay, ich bauch, ich bauch! Ich bauch, ich bauch! Bomb mich ein, bomb mich ein, bomb mich ein! Nein! Nein! Einfach nur verteidigen, einfach nur verteidigen! Ich hab den einen! Baut du mir gerade ab? Ja, 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 ja! Ja, wir sind weniger und wir haben gewonnen, Jungs! Schön! Ja! Ach! Ich hab den drei im mutter�에, Entschuldigung!